Frau Carolin Seifert hat ihr Studium an der Hochschule Stralsund mit ausgezeichnetem Ergebnis abgeschlossen. Es würde die Videosequenz ganz einfach sprengen, wenn ich alle Etappen ihres Studiums hier aufzeichnen würde. Für mich war ausschlaggebend für die Auszeichnung das Gutachten zu ihrer Bachelorarbeit. Und da darf ich einfach den Schlusssatz des bewertenden Professors zitieren. Zusammenfassend kann die vorliegende Arbeit als herausragende Leistung sowohl aus theoretischer, konzeptioneller wie auch angewandter Perspektive gelten, die weit über das für eine Bachelorarbeit übliche Niveau hinausgeht. Vor diesem Hintergrund bewerte ich die Arbeit mit sehr gut. Sehr geehrte Frau Carolin Seifert, es ist mir eine große Freude, Ihnen heute den Absolventenpreis des Hochschulfördervereins zu überreichen. Wünsche Ihnen persönlich für Ihren beruflichen Werdegang viel Erfolg, viel Freude in der späteren Arbeit und Ihnen persönlich viel Glück und Wohlergehen. Vielen Dank. Vielen Dank.